Guten Tag, wir machen heute wieder Salat. Wir machen Erdbeer-Avocadosalat mit Dingen drin. Und entsprechend damit dem Wunsch, mehr Salat zu machen. Entschuldigung. Und wenn du noch mehr Salat willst, sag Bescheid. Und gebe uns ein Däumchen. Und schreibe uns einen Comment. Da unten. Genau. Und wir machen jetzt Salat. Ja. Juhu, Frühling! Ja, endlich. Es ist endlich wieder Salatzeit. Ja, und Erdbeer-Zeit. Genau. Was es gibt, haben wir gerade schon mal gesagt. Ich sage es trotzdem noch mal. Avocado-Erdbeer-Salat mit Salat. Ja, dazu haben wir eine Schale Erdbeeren. Die habe ich schon mal halbiert und geviertelt. Je nachdem, damit es halt so kleine Stückchen werden. Genau. Avocados müssen auch rein. Drei normale, die hier, die wir haben, die sind jetzt sehr klein. Deswegen gibt es davon vier. Genau. Zitronensaft von einer Zitrone. Genau. Pinienkerne, das sind jetzt 50 Gramm. Also so fünf Esslöffel. Fünf Esslöffel, sowas in der Größenordnung. Zwei Messerspitzen frisch geriebener Ingwer. Ja, nicht ganz so viel wie das. Nur genau zwei Messerspitzen zu reiben, ist schwierig. Ja. Etwas Puder-Eryxyl zum Süßen. Genau, als Honigersatz. Genau. Basilikum-Blätter. Genau. Fünf, sechs große Blätter in Streifchen geschnitten. Salz und Pfeffer und Felssalat habe ich gerade schon vorgestellt, oder? Nee, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Egal, Felssalat. Oder anderen Salat, den du gerne magst. Nein, Felssalat. Nimm Felssalat. Na ja, Felssalat. Okay, dann fangen wir an, würde ich sagen. Ja. Unfallfreies Avocado schneiden, ohne Avocado-Hand. Man nimmt die Avocado in die Hand, setzt das Messer drauf und dann nimmt man das Ding und legt es auf ein Brett. Wichtig ist auch, dass der Strunk hier wegkommt, dieser kleine Dingens da, wenn der noch drin war. Der Nübbel. Man legt die Avocado hin, hält sie mit einer Hand fest. Ach, wichtig übrigens, scharfes Messer. Darf auch Rillen haben, ist überhaupt kein Problem. Festhalten, mittig ansetzen und dann einmal bis zum Kern runterschneiden. So. Jetzt darf das Messer da drin bleiben und jetzt kann man das Messer um den Kern rundherum führen und ganz chillig einfach einmal rundherum schneiden. Dann kann man das Ding nehmen und aufdrehen. Und jetzt wird die einfach ausgelöffelt. Braune Stellen in der Avocado sind übrigens überhaupt nicht schlimm. Außer sie schimmeln. Dann ja, aber das sieht man ja. Genau. So. Braun bedeutet nur, dass die gut gereift sind, gießt du runter. Das ist fix. Dass die schon ordentlich vorgereift sind und dann so ein Stück Strunk ist da manchmal noch mit dran. Das tut man dann einfach weg. Gut gereift heißt guter Geschmack. Genau. So. Und die schneiden wir jetzt in Streifchen. Genau. Dann machen wir jetzt den Sud. Die Marinade. Dann halt die Marinade. Genau. Die machen wir aus dem Saft einer Zitrone, aus zwei Messerspitzen geriebenem Ingwer. Das ist so ungefähr so, das sind ungefähr zwei Messerspitzen viel. Dann der Süße. Ach, der ist scharf. Ja, dann der Süße. So, und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Basilikum auch gerne rein? Nein. Sonst mache ich nämlich die Basilikumblätter kaputt, während ich den Ingwer verquirl. Dann verquirl mal den Ingwer. Genau. Jetzt darf der Basilikum dazu. Ich darf jetzt einmal schön vor sich hin. Ziehen. Ziehen. Und jetzt werden die Ingwer-Pinion-Dinge angeröstet. Denkbar einfach kein Fett, mittlere Hitze, viel rühren. Ja, und nicht schwarz werden lassen. Dürfen die denn eigentlich auch gleich in die Pfanne, wenn man jetzt kein Induktionskochfeld hat? Ja. Gut. Das ist den Pinienkern, glaube ich, ziemlich egal. Die sehen auch gut aus. Ja. Die sind geröstet. Jetzt müssen wir nur noch... Genau. Jetzt wird verheiratet. Ja. Und zwar, wir haben ja vorher die Marinade schon vorbereitet. Und jetzt kommen einfach alle Zutaten außer dem Felssalat zusammen. Und dann wird das Ganze miteinander vorsichtig untergehoben. Genau. So, einmal. Moment, die werde ich erst noch ein bisschen auseinandernehmen. Ach so, damit die sich schon trennt, ja. Die kleben noch ein bisschen. Also es wäre jetzt natürlich optisch einfach auch schöner, wenn die Avocados gar keine braunen Stellen hätten. Aber... Das weiß man halt vorher nicht. Echte Avocados haben braune Stellen und echte Frauen haben Kurven. Das ist so. Und jetzt kriege ich die Pinienkernen, bitte. Soll ich sie alle schon drüber geben? Du darfst meinetwegen alle drüber geben. Diesmal habe ich sie verteilt. Und jetzt anrichten. Genau. Und zwar nehmen wir hier zwei Gläser. Weil wir sind nämlich zwei Leute. Ja. Und dann tun wir unten ein bisschen Felssalat in unserem Fall rein. Mhm. Jo. Wer mag, dann darf den natürlich jetzt auch noch ganz leicht marinieren und mit ein bisschen Zitronensaft oder sowas beträufeln. Ja, aber das kriegt er jetzt dann automatisch. Der kriegt ja jetzt automatisch ein bisschen was mit. Genau. Bleibst du drin. So. Und jetzt kommen da die Reste dazu. Also nicht alles, sondern halt eine hübsche Menge. Und dann könnte man das jetzt noch mit Minzblättern oben dekorieren. Ja, aber schick dich. Ich will probieren. Zack, zack. Fertig. Nice. So sieht das aus. Und das kann man jetzt als Vorspeise oder als Nachspeise essen. Ja, wie du magst. Ja, genau. Ich will jetzt probieren. Ja, machen wir jetzt. Gut. Du Mann. Ja, mein Problem. Jetzt nicht mehr. Und ich kann nicht schnippen. Das ist mein Problem. Ja. Schnippen. Magst du? Ja. So. Eigentlich für sowas, mundvoll, also für sowas Geniales ist es eigentlich ziemlich einfach. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Weil, also wer Angst hat vor der Kombination Süß und, also jetzt Erdbeeren und Avocado oder sowas. Kein Grund. Probier das aus. Boah, ist das lecker. Und weißt du, wo das auch dazu passt, geschmacklich? Zu einem Weihnachtsgericht. Für mich ist da ein Touch Weihnachten drin. Keine Ahnung warum. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall top. Aber Kommentar wäre cool, wie dir sowas gefällt. Ja, das Rezept findest du unten in der Infobox verlinkt. Genau, bei dem Abo-Knopf und an der Nähe, den du gerne drücken darfst. Der ist ein bisschen oben drüber, aber der erscheint dann auch nochmal. Ich esse dir nicht alles weg, ich lasse dir was übrig. Danke, dann machst du den Rest. Ja, welchen Rest? Was fehlt noch? Ja, Komment, Däumchen, Nachkochen, Bilder, Facebook, Blog, abonnieren, Glocke, ciao. Und nächstes Video gucken. Tschüss.